Kapitel 1 Die Bedrohung von Dezentraland Diese neue Welt war ein Metaversum, in dem Technologie und Magie miteinander verschmolzen. Es war eine Welt voller Schönheit und Abenteuer. Und die Bewohner lebten in Frieden und Harmonie. Doch eines Tages brachte eine böse Kraft Chaos und Zerstörung in das Metaversum. Die Bedrohung war so groß, dass die Bewohner Dezentraland beschlossen, den mächtigsten Krieger des Metaversums zu rufen, um ihnen zu helfen. Dieser Krieger war Metamann. Er war der Beschützer von Dezentraland. Ein unbesiegbarer Held mit übermenschlichen Kräften und einem unerschütterlichen Willen, das Böse zu besiegen. Als er von der Bedrohung erfuhr, eilte er sofort nach Dezentraland, bereit, sein Leben zu riskieren, um das Metaversum zu retten. Metamann kämpfte gegen die böse Kraft, eine Armee von Monstern und Kreaturen, die das Metaversum zerstören wollten. Die Konfrontation war hart und gefährlich. Aber Metamann war ein Meister des Kampfes und kämpfte mit unerschütterlicher Entschlossenheit. Schließlich gelang es ihm, die Bedrohung zu besiegen und Dezentraland zu retten. Als die Bewohner von Dezentraland sahen, wie Metamann das Böse besiegt hatte, feierten sie ihn als ihren Retter. Sie dankten ihm für seine Heldentat und schworen, ihn immer zu ehren. Und so endete das erste Kapitel von Metamann, Masters of the Metaversum. Aber es war erst der Anfang von vielen weiteren Abenteuern und Kämpfen für den mächtigen Helden. Und so endete das erste Mal. Also, mit dem Thriss ist es ein Einfluss. Und so endete das nächste Mal. Und so endete das erste Mal. Untertitelung des ZDF, 2020